Unsere Festzeitschrift ist nun auch im Internet zu finden. Dafür gehen wir einmal auf Schützenfest und Festzeitschrift und klicken mit der linken Maustaste einmal darauf. Ein neues Fenster öffnet sich, in dem jetzt die Festzeitschrift aus dem aktuellen Jahr angezeigt wird. In unserem Fall jetzt unsere Festzeitschrift von 2017. Bei euch kann es ein bisschen dauern, bis das komplette PDF geladen wird, deswegen Geduld bewahren. Ist es dann geladen, kann man halt durch die Zeitschrift hindurch blättern, indem man halt die linke Maustaste gedrückt hält und halt durch die Seiten hin und her löscht. Dies kann man oben tun, sowie unten. Man kann auch einfach nur einmal links unten lenden. Wenn dieses Blätter interaktive angezeigt wird, einfach mal reinklicken, dann passiert es automatisch. Vielleicht ein bisschen einfacher, mit der rechten Maustaste einfach auf die Seite klicken und dann zum Beispiel zurück oder wieder vorwärts, indem man halt wieder auf die nächste Doppelseite springt. Ja, ich hoffe, es erleichtert euch das Durchlesen unserer diesjährigen Festzeitschrift. Viel Spaß dabei!